Musik Ja, wir sind auf dem Weg nach Mainz, treffen dort Monika und Ralf, und jetzt machen wir erstmal ein kleines Päuschen, Dina hat sich einen lecker Kaffee gekauft, und jetzt essen wir erstmal was. Ja, ach, da ist er schon, Monika. Hier trainiert der Nachwuchs von Mainz, da die Kleinen, da die etwas Größeren. Wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht, wollen was einkaufen, und jetzt wollten wir eigentlich schon lecker Wein trinken, oder? Ja. Ist es noch zu früh? Ja. Wir haben leckeren Dornfellner. Genau, Samstagmorgen, blauer Himmel, das wird ein schöner Tag heute. Wir haben alle gut geschlafen, und jetzt wird erstmal lecker gefrühstückt. Jetzt geht's ins Städtchen, wir planen die Fahrt, es wird spannend. Frühstück am Marktplatz, ist die Hölle hier. Und da ist der Dom. Ja, jetzt sind wir weiter hier runtergelaufen, und jetzt stehen wir am Rhein. Oh, da hinten sehe ich ein Riesenrad. Oh, herrlich. Schade, jetzt wollten wir auf die Kirmes, jetzt wisst ihr noch zu. Ah, da ist ja die Tina. Ah ne, da ist sie. Ja, und da ist das Königische Schloss, da gehen wir heute Abend rein. Ja, das schönste Wetter, da ist nochmal der Dom, und jetzt laufen wir noch zur Touristinformation. Da ist sie die Sonne rein. Wir sind wieder am Platz, am Platz, wir sind wieder am Platz, am Platz. Schönes Plätzchen finden. Ja, vielen Dank für die Potipanten. Genau. Ich glaube, ich weiß auch schon, warum. Lecker, wir haben lecker Pizza gegessen, und jetzt machen wir uns wieder auf in die Stadt. Zum Musical. Ja, das kann es nicht jeder sagen. Da ist ein Tisch nicht. Wenn es nicht jeder schießt, geht das Leben ab. Mit 36 Jahren. Lass uns vergangen an, mit 36 Jahren. Dann kommt man erst im Schuss. Mit 66. Der Schuss ist ein Schuss, der Schuss ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, es war ein wunderschöner Abend, ein wunderschöner Tag und überhaupt ein wunderschönes Wochenende Und jetzt gehen wir alle schön ins Bettchen Gute Nacht, bis morgen Oh, da geht ein Cowboy Jetzt bist du bekloppt Wow, ein Cowboy Was ist das denn da? Eine richtig große Sonne Und jetzt gibt es lecker Frisch Wir haben jetzt Sonntag kurz vor elf Und lassen noch das Wasser ab Da hinten wartet Ralf schon Und dann geht es heim Wo fahren wir jetzt hin? Bisschen wieder heim, ne? Wochenende geht zu Ende Wir fahren jetzt alle heim War sehr schön Ja, da geht es heim, ne? Ja, da geht es heim. Vielen Dank.